Hey Freunde, was geht ab? Hier ist euer Gaming auf jedes Mal. Leute, abonniert neuen Kanal, lasst ein Like da, lasst ein Abo, teilt euch Freunde, Whatsapp, Instagram. Und ja, wir spielen heute eine Runde BrickRicks und wir starten direkt. Hallo! Äh, einen Moment. Hallo! Guten Tag! Da steht mir wohl auch. Warte, ey! Nein, das war jetzt nicht verplant, Leute. Wo denn sie? Warte, 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 ich denke mir. So, jetzt. So. was darf sein ich hätte gern ein ein Gruppenticket ein Gruppenticket jawohl einen Moment wieder 5 Euro hier danke gute Fahrt noch oh stimmt ja äh hab ich das vergessen so Leute dann hören wir weiter was ist denn hier ich bin ich jetzt ich bin reisen überall Kürbisse Na gut, es ist bald auch Halloween. Ui, da ist noch ein Kürbis. Das sind auch zwei Kürbisse. Ach, und die nächste Stelle. Nächste Heidestelle? Schumannstraße. Nein, das war falsch. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Ein Einzelfahrschein, bitte. Ein Euro. Bitte. Danke. Viel Spaß. Oh, hallo. Vielen Dank. 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 Du wirst ihn. Lala 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 Ah, schweb ich mich jetzt aus Ich muss aber steigern Ich hab ja gar nicht mitbekommen, dass der Bus da ist Ausstieg, jetzt schneller Lala 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 So, Leute, dann geht's weiter Ui, hä, ich muss ja, ich muss ja Ich muss ein bisschen vor uns nicht fahren Das ist so schwer mit den neuen Ui, da ist vorher mit Auspuff Nächsteitestelle Bahnhofstraße Dieser Bus endet hier Bitte alle aussteigen Better aussteigen jetzt hier Oh, jetzt Uff Oh, ich mach Uff Das ist ein bisschen Uff Tschüss Oh, steig Oh, steig Oh, steig Oh, steig Oh, wo ist die Tür? Oh, ach, da ist die Tür Ach, da ist die Tür Steig ich aus So Zack, 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 zack zack steigen. Tschüss. So, Leute, dann machen wir jetzt hier die Türen zu und fahren mal wieder um die Ecke. Wir machen hier ein bisschen jetzt Pause, bevor wir dann ein paar Minuten wieder zurückkommen. Und damit beende ich auch dieses Video wieder. Hoffentlich hat euch dieses kleine Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Geben wir euch auf der Haut rein. Ciao.